Herzlich Willkommen bei ZFNDSOD. Ich habe heute mal eine Probeaufnahme. Mal sehen wie das so geht. Ich werde mal hier nebenan ins Haus gehen und mal ein bisschen plundern. Die Tür zu. Geben mal runter. Wir haben noch ein bisschen Zeit von der, ne? Ich weiß ja nie, ob wir die Gäste kriegen. Hier ist Strom drauf. Sollten wir nicht rein gehen, ne? Äußerst angenehm. Leer. Ich gehe mal in die Garage rein. Pistole haben wir auch. Ah, ich mache Emulsion, ne? Mal gucken mal so, ne? So, leer. Das ist schlecht. Und wenn leer ist, dann gehen wir nicht rein. Da bringt ja nichts, ne? Ich habe ein paar auch geweckt. Oh! 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 Ich wäre normal. Heah! Heah! Lecker Antrop, Pistole sind mir an der Mission hatte gut wenn wir nicht mehr kriegen also nur vorne gewesen ok dann gehen wir berg hoch können wir gleich mal einfach essen das gibt hier den ausdauer 50 gleich und wasser 20 nutzen gehen wir am berg hoch ob da oben was zu holen ist war noch nie oben denkt man ist gerne was zu holen hirsch oder sowas soll noch hirsch töten ein kenyan werde mal verstecken für den hausbau mit keller vielleicht finden ein paar heidelbeeren aber eher unwahrscheinlich das müssen die alten sein so hoch wie die sind na gut nicht ganz so hoch schöne aussicht ob sich nachbarn verlaufen ja da muss man auch laden ne das ernehmert meisterschutze ach ihre schwarze ist auch hier oh da war ne ich glaube ich bin höher ja genau gute nacht ja da ist die eisgegner muss kalt da sein ne also der schnee häschen aber hasen auch nicht haben und hirsch haben alter baum nehmen wir gleich mit prüfen ob der ton passt nächstes mal jetzt mal probleme halbgefasst einsamen naja hasen muss man nicht haben nehmen wir die hasen auf sein beine so geht weiter guck mal was da ist wir müssen die uhren im blick halten wenn ich das erste mal gespielt habe oh god es kam die nacht ich hatte keine bleibe gehabt wo bleibst du wo gehst du hin verstecken irgendwo ruhig verhalten aber je je mehr geräusche du hörst umso mehr wirst du nervös und dann gehst du irgendwann los und dann ist es ein fehler hier hat nichts zu holen nicht mal hase ich hoffe die musik ist zu laut ich hoffe die musik ist zu laut ich hoffe die musik ist zu laut so abgang nachladen nachladen Jogi Bären ist gut aber die äh Zombie Bären ich höre ihn rechts da das mag er nicht das bleischrot muss auch die musik ist zu laut muss auch die musik ist zu laut irgendwann bei gelegenheit die Jogi Bären waren am einen der häuser grauen grauen in der Mitte oder hier vorne aha hier vorne das sind geräusche da ist nichts für die unter die haut so hier hinter dem was noch nicht geschaut mod mod für gepäck erweiterung tschuldigung weil so ein mikrofon kann ich wegdrehen ist ja noch im kopf so hier hat ich mal mein gepäck verloren meine tasche die gibt es heute noch nicht hier ist schlaf weiter junge so oben waren die Jogi Bären so oben waren die Jogi Bären muss ich äh ja speichern ne ja hatte ich komplett alles zerlegt um meinen schönen tasche zu finden wo ich damaligen Zeitpunkt äh eine gute Pistole hatte eine Schroppistole aber wie gesagt äh hatte jetzt ist mittlerweile schon bessere Motivation ich glaube ich muss noch was weg hier ne die kommen alle hinterher die kommen alle hinterher da mache ich Maschinengewehr du als du wö 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 ww w junge junge da ist ein nicht gut dabei leck knochen holen hier wo tasche her lecker hallo fleisch mein trauma erledigt hat die bären erledigt da geht es auch hoch dollar dollar kasse leer lecker rezept für mais genau hier auch hier schlüssel das ist super da haben wir ein 5 und 6 kühlschrank testen mehr beute gibt mehr messing kann sein mehr mehr schneller Äh... Gibt es denn hier hin? Kann von Bären fliehen, oder? Was habe ich am Anfang gesucht? Nach S-Bahn? Da haben wir nichts gefunden. So, die Dose mal zerlegen. Dose, Dose, Dose. Dose, Dose. So. Das bleibt hier. Bleibt, bleibt. Wasser. Können wir pflanzen. Mal testen, ob wir einen hinkriegen. Gepäck. Gepäck. Verändern. Na, das zeigt nicht an. Äh... Brille wird nicht gehen. Verändern. Ist schon drinnen. Ist schon drinnen. Eins. Wasserreinigungsmod. Mh... Hose. Verändern. Ist drinnen. Drei. Stiefel. Da haben wir drinnen. Aber wir können ja ein bisschen färben, ne? Schwarze Schuhe. Ja. Ansonsten... Ne, passt nicht rein. Schade. Muss ich andere Klamotten finden, die wissen... Bisschen gröner sind, ne? Gut. Schau weiter. Ach, meine Raumbelüftung haben sie auch schon. Wie schön. Ah, hier ist noch jemand aktiv. Oho. 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 Ich habe mich verfeiert. Junge. Das machst du nicht noch einmal. Ah, messing! eine picke scharf geil hell mit vier munitionen ob wir verplanen das sind wir aber zerlegen wir auch nicht blöd naja bei kiefern sagen an die maschinengewehr können wir zerlegen leer leer immer leer da wird ohne moped hier muss zurücklaufen schlecht geben auch ein dach da sind meist noch die geier hier 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 Das war's für heute. Drei Geier! Lass ihn abbauen, ne? Ja. So, das hat man mit dem Fabel an, ne? Schöne Lampe. Die Klappe voll. So, wir lassen uns zurückgehen. Ich bin ähnlich, äh, ja, so trage ich nichts mehr, ne? Leider. Einmal gebaut gehabt hier, um hochzukommen. Die Lichter sind hier an, wo haben sie einen Generator? Den möchte ich ja mitnehmen. Das sind ein paar Häuser, die man lockerer mitnehmen kann, ne? Aber... Warum bin ich ohne Moped gefahren? So, Zeit. 23. Sorry, das ist schon mal. Ich mach mal, tschüss. Ohne Gewinkel. Ich geh jetzt eh nur zurück. Das wird ja wohl nicht passieren. Und dann sag mal, tschüss. Und tschau. Und schönen Dank fürs Reinschauen. Tschüss. Tschüss.